Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir sind zwei Tage, oder wenn ihr das Video seht, ein Tag vor dem Mid-Season-Update zur Season 4. Ich gehe davon aus, dass wir die vorletzte Season haben. Ich sehe aktuell noch nicht, dass wir eine fünfte und sechste Season bekommen. Sollte noch eine sechste kommen, werden zwei schneller auf jeden Fall sein. Und da kommt jetzt ein, zwei Sachen neu dazu, unter anderem, und das ist eben auch so ein bisschen das Thema heute, eine neue Map, beziehungsweise eine umgemodelte Map aus Vondel, Waterfront, die sie im Prinzip so umgeändert haben, mit einigen Aspekten, dass sie für den Multiplayer tauglich ist. Das heißt, nicht wirklich eins zu eins kopiert aus etwas, was man schon hat, aber man hat halt die Basis genommen, so wie wir das halt eigentlich seit drei Jahren sehen, und hat es ein bisschen geändert. Dazu kommt, dass wir im Multiplayer eigentlich nicht viel Neues bekommen. Es gibt wieder eine neue Tarnung sozusagen, die ihr erspielen könnt. Da müsst ihr 50 SMG-Headshots machen, 50 AR-Headshots, mit einer Shotgun, glaube ich, 30 Kills, während ihr irgendwo geduckt seid. So normale Aufgaben, die, selbst wenn ihr wenig spielt, innerhalb von zwei Gaming-Sessions vielleicht drei erledigt sein können. Wenn ihr viel spielt, habt ihr es halt in drei Stunden oder zwei Stunden oder so. Es gibt auf jeden Fall ein, zwei Sachen für Multiplayer. Die meisten Sachen, so wie diese Boy-Skins, das wird Pay-to-Win sein, es wird den Black-Nore-Skin geben. Der sieht aus wie Rose in Männlich. Die Hitbox ist die gleiche wie bei allen anderen. Er ist einfach nur schwarz. Das heißt, überall, wo eine Karte dunkel ist, wird er nicht zu sehen sein. Ganz wichtig, bevor wir zum Thema Shipment kommen, kauft euch dieses Bundle nicht, Leute. Dieses Bundle, und das sage ich euch jetzt, das war die letzten Male immer so, wird so pechschwarz sein, dass er ein absoluter Pay-to-Win-Skin ist. Und wie wir das in den letzten Monaten immer wieder gesehen haben, Activision weiß ganz genau, was sie tun. Sie werden den verkaufen und nach ein, zwei Wochen werden die Leute sich genug beschwert haben. Dann haben sie aber schon genug Geld damit gemacht und dann wird er leicht justiert, sodass er dann nicht mehr so dunkel ist. Und dann habt ihr trotzdem 2400 COD-Points ausgegeben für einen Skin, der dann genauso ist wie jeder andere. Was aber das Hauptthema ist, das Ganze, und ich finde für die paar Sachen, die da jetzt mit der Season kommen, lohnt sich kein separates Video. Deswegen wollte ich es gerne einmal kurz ansprechen. Was das Hauptthema ist, wenn ich euch jetzt ehrlich frage, was für eine Playlist oder Karten spielt ihr in MW2? Und es würde mich wundern, wenn unten in den Kommentaren viele da wären, die sagen, ich spiele alle Karten, alle Karten sind gut oder alle Karten gefallen mir oder der Pace ist super. Rein von dem, was die Leute mir sagen und was ich sehe und was ich selber spiele, ist es so, dass 99% der Leute eine von zwei Playlist spielen. Das ist irgendwie der Shoothouse 24-7 oder noch viel mehr Shipment 24-7. Und der Grund dahinter ist, dass Shipment und Shoothouse seit Jahren die Rettung für Multiplayer-Games wie dieses Jahr sind, wo die Karten und der gesamte Gameplay-Pace, also die Geschwindigkeit, wie wir normale Karten spielen können, so langsam ist, dass sich die Mehrzahl der Leute auf das fokussieren, was sie kennen und wo sie wissen, dass es schnell ist. Das Problem an dem Ganzen ist, Shipment ist die absolut einzige Rettung, dass viele von uns überhaupt MW2 den Multiplayer noch anfassen. Und Shipment ist überlaufen mit Leuten mit einem Schild auf dem Rücken, Akimbo-Pistolen mit Lasern drauf und Shotguns. One-Hit-Shotguns. Ob das die Bryson ist, ob das diese mit der scheiß Feuermunition ist. Die Leute, gegen die man spielt durch SBMM, laufen wie Zombies seit Monaten über diese Karte, mit diesem fucking Schild auf dem Rücken, was bis heute einfach keinen Nachteil hat. Ihr könnt von hinten nicht angeschossen werden, das Schild bricht nicht, man ist nicht langsamer. Es gab so viele Möglichkeiten, dieses Schild zu nerfen, das hat Infinity Ward nicht interessiert. Und die One-Hit-Shotguns sind absolut bodenlos. Und gerade mit SBMM kommt man halt andauernd in solche Runden, weil die Leute gar keinen Spaß mehr empfinden. Sie machen es halt nur noch zum Leveln oder zum Abfacken oder sonst was. Und wenn man sich das mal überlegt, dass wir jetzt schon wieder seit Ewigkeiten dasselbe machen, wie wir es in Vanguard gemacht haben, dasselbe, wie wir es jetzt machen, dasselbe, wie wir es in MW19 gemacht haben. Wir spielen eigentlich, wenn wir Multiplayer spielen, zwei Karten, Shoothouse und Shipment. Und irgendwo muss man sich doch fragen, ob das tatsächlich die Rettung sein kann, dass diese beiden Karten die einzigen Karten sind, die nach sechs Wochen noch gespielt werden. Und ich kann es auch komplett verstehen. Shipment und Shoothouse. Shoothouse ist noch ein bisschen weniger, aber Shoothouse ist in Ordnung, wir kennen die Map alle. Shipment ist so ziemlich die einzige Karte, bei der man halbwegs schnell Action, Fast-Pace, Run & Gun hat. Im Gegensatz zu 90% der anderen Karten in MW2. Und das ist deswegen so schade, weil es meiner Meinung nach in MW2 andere Karten gibt, die auch gut sind, die sich schnell spielen lassen. Aber dadurch, dass ich kein Map-Voting habe, habe ich keine Lust, Quickplay-Herrschaft zum Beispiel zu spielen, weil es manchmal Stunden dauern kann, bis diese eine Karte, die ich dann vielleicht spielen möchte, die meinem Gameplay-Style gelegen kommt, überhaupt verfügbar ist. Ich kann natürlich jedes Mal, wenn er mir eine Lobby gesucht hat, sehen, welche Karte jetzt kommt und rausgehen. Aber auch das, habe ich festgestellt, kann 30, 40 Minuten dauern, bis ich dann in diese eine Lobby habe, wo diese eine Map läuft, wo ich auch nicht in die bestehende Lobby schon reingeworfen werde, was wir auch oft haben. Und es gibt Karten wie Mercado zum Beispiel oder Farm 18 oder Farm 17, ich weiß es gar nicht, die meiner Meinung nach richtig gute Karten sind, die ich unfassbar gerne gespielt habe. Auf jeder dieser Karten habe ich schon Nukes gemacht, aber sie zu bekommen, ist reine Glückssache. Und gerade jetzt, ich habe mit dem Livestream eine Wette, dass ich, weil es für mich aktuell nicht viel zum Game gibt, von Level 313 auf Level 850 innerhalb von drei Wochen schaffe. Ich habe jetzt noch zweieinhalb Wochen und habe jetzt knapp 400 Level geschafft und die 300 Level. Aber das geht auch nicht anders, außer mit Shipment. Weil, wenn ich eine andere, wenn ich andere Maps spiele, Quickplay spiele, Herrschaft, Abschluss bestätigt, so die Stellung, noch die eher schnellsten Modi, dann ist es so, dass ich außer auf Hotel, Farm 18 und Mercado absolut keine Chance habe, überhaupt in einer halbwegs vernünftigen Geschwindigkeit dieses Game zu spielen. Weil alle Mechaniken dieses Games, plus das Map-Design von anderen Karten, so wie Tarak, die, ich weiß nicht das, die ist gar nicht schlecht, die Karte, aber sie spielt sich so unfassbar langsam einfach. All diese Mechaniken sorgen aktiv dafür, dass ich unfassbar langsam nur vorankomme, langsam über die Maps komme, langsam Kills mache. Es ist nicht selten, dass, selbst in unseren guten Lobbys, der Beste von uns 20 oder 25 Kills hat, aber nicht, weil wir 100 Mal sterben und einfach die Gegner besser sind, sondern weil es von den Spawns bis hin zu der Action so weite Wege sind und so lange dauert und dann haben wir ja Taktik-Sprint nur mit Marathon ein bisschen und das auch nur ein paar, drei Sekunden. Alles ist einfach so langsam und dann geht man halt automatisch schnell wieder zu Shipment zurück, weil da ist es schneller und gerade für die Leute, die es halt schneller mögen, ist das einfach der einzige Zufluchtsort. Und das war in MB19 dasselbe, da war das Map-Design, finde ich, noch schlimmer als dieses Jahr, das muss man auch so sagen. Es ist dieses Jahr wieder dasselbe und es war letztes Jahr mit Vanguard auch dasselbe. Wer hat denn normale Quick-Playliste gesucht? Herrschaft, Stellung, TDM, Abschluss bestätigt. Das meiste, was wir, die Zeit, die wir Vanguard überhaupt angefasst haben, ich habe ja nach zwei Monaten gesagt, das kann ich nicht mehr und bin komplett neu im Motor of Rebirth, weil das wirklich großartig war, das war Fast-Pace, Rebirth Island, Resurgence war für mich was Neues, war großartig, ich wünsche es mir jeden Tag zurück, auch wenn es am Ende langweilig war, aber das, was wir jetzt haben, ob jetzt Resurgence auf Vondel oder auf Almasra oder sonst was, es ist einfach langweilig, es ist langsam langweilig und trifft mit Sicherheit den Nerv von irgendwelchen Nachmittagsgamern, aber nicht den von der Kern-Community. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, jetzt kriegen wir halt diese eine neue Map, die ja aus Vondel rauskopiert, ein bisschen geändert wurde, muss man ja sagen, es ist nicht 1 zu 1 kopiert, aber es ist schon eine Warzone drinne, und die sieht aus, als wenn man sie schnell spielen könnte, aber wenn das nicht so ist, wird das wieder eine Karte sein, so wie Showdown, die nicht schlecht ist, die Karte, die die Leute skippen werden und wieder auf die Playlist Shipman Shoothouse gehen. Und das macht mir ein bisschen Sorge, dass Slashhammer und Infinity Ward jetzt jedes Jahr immer wieder darauf trauen, dass die Leute halt diese eine oder zwei Karten spielen, die sie seit 10 Jahren kennen, damit die Spieler überhaupt Interesse haben zu spielen. Und jetzt steht ja MB3 vor der Tür, wo wir Karten, und das könnt ihr jetzt schon euch aufschreiben, wir werden Rust bekommen, wir werden Terminal bekommen, wir werden Highrise bekommen. All die Karten, die sich im Frühjahr sehr geil gespielt haben, die Fan-Favorite sind, die sie aus diesem Jahr, aus dem Support oder aus diesem Zweijahr-Support, was MB2 bekommen sollte, rauskanzeln, damit sie Content für das neue COD haben. Und das werden auch die Karten sein, die wir alle spielen, weil wir sie kennen. Und ich hoffe, ich hoffe einfach, dass wir mehrere interessante Karten bekommen, denn verschiedenste Karten, die interessant sind, würden viel mehr dafür sorgen, dass die Leute nicht so davon abhängig sind, dass Shipman 24-7 verfügbar ist. Zum Leveln ist es perfekt und die einzige Grundlage in einem so langsamen Game wie MB2. Ich finde, MB2 ist das mit Abstand langsamste Game, was wir jemals in Call of Duty hatten, überhaupt Spaß haben. Mich würde interessieren, welche Playlist ihr spielt. Ranked ist jetzt natürlich was anderes, aber spielt ihr Shipman, Shoothouse, oder spielt ihr tatsächlich Quickplay? Mich würde echt interessieren, warum, weil viele Karten von denen sind mir persönlich zu langsam. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wir sehen uns morgen zum Mid-Season-Update.